Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen eine neue Folge von Dead by Daylight. Kurz vorab, ich habe mir das Spiel geholt, habe mich tierisch darauf gefreut, dass es rauskam und musste dann sehen, dass es bei einem sehr großen YouTuber als Beta-4-Release tatsächlich dann schon rauskam, wo ich hätte heulen können und ich dachte, nichts was ich mache, dran geht bei größeren YouTubern vorher schon durch, dass man immer als eine Art Nachahmer eventuell abgestempelt wird, was tatsächlich wieder nicht da fällt, war naja gut. Wir wollen uns jetzt auf jeden Fall um das Spiel kümmern und dazu steigen wir auch genau, wie ich jetzt das allererste Mal ein. Ich presse irgendeine Taste. Ja, das sind die User-Licons hier. Blablabla. Zitieren wir mal. Und wir sollten ja das Spiel genauso erleben wie ich. Wir wollen hier gar kein Tutorial machen. Das Einzige, was wir erstmal machen werden und das ist das, was jeder im Spiel nochmal. Und wir gucken uns erstmal die Settings an. So, wir haben die Qualität auf Ultra, damit hier keiner irgendwas sagen kann. Ich meine, das sieht ja schon herrlich aus, oder? Allerdings müssen wir die Lautstärke, also erstmal auf Deutsch. Jetzt seht ihr auch die Sprachen. Deutsch. Da haben wir Deutsch. Das ist sehr gut. Ich hätte gerne die Lautstärke ein bisschen leiser. 50 Prozent. Ihr sollt ja nachher vielleicht dasselbe machen können, wo ihr könnt sagen, Junge, da hast du Scheiße gebaut. Dann ist das völlig in Ordnung. Könnt ihr mir das gerne reinhauen? So. Und ich würde sagen... So, dann hat er es wieder lauter gemacht. Die Musik ist ganz schön laut, oder? Rendert. Nein, 100 Prozent. Renderen. Machen wir den Haken rein? Na, wir lassen das mal tatsächlich so. Damn. Und wir starten direkt in ein Spiel. Create a Lobby. Ich möchte gerne in einer Lobby joinen. Ich hätte nicht doch das so toll spielen sollen. Ich habe ja schon mitgekriegt, dass es wohl so ein oder andere Schwierigkeitsschweigen geben soll. Bei dem Spiel vor allem. Und das sage ich vorab. Wir wollten das eigentlich in einer Gruppe spielen. Und die gute Mozi hat es sich auch schon gewollt. Das kann also sein, dass demnächst ein Video mit der guten Mozi rauskommt. Und mussten leider feststellen, was dem, was wir gelesen haben, dass es wohl extrem schwer sein soll, zu zweit in eine Lobby reinkommen zu können. Na gut, anscheinend habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Dann mache ich mal Create a Lobby. Join kann ich anscheinend nicht. Ich sehe ja wundervoll aus. Idrim, sage ich nur. Idrim. Ja, wie gesagt, man kann keinen einladen, wie ihr gerade seht. Ich habe jetzt hier mal rumgeklickt. Geht halt nicht. Ich bin anscheinend der Bösewicht. Oder das Bösewicht. Der Bösewicht. Der Wicht. Und habe Haare auf dem Rücken. Aber kann ich nicht auch bei anderen joinen? Die Lobby. Wir machen das zusammen, wie gesagt. Denn das, was ich jetzt hier... Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Alter. Denn das, was ich jetzt hier gerade mache, da haben wohl sehr viele das Problem. Was passiert, wenn ich jetzt hier backklicke, gehe ich dann wieder zurück in Windows. Wir müssen mal gucken, dann muss ich das gleich rausschneiden. Quickplay möchte eigentlich nur... Be a Killer, be a Survivor. Ich würde mal sagen, wir fangen mal als Survivor. Und join die Lobby. So geht das nämlich. Quickstart bedeutet dann also immer... Dass man eine eigene Lobby aufmacht. Wieso? Ich würde mir wünschen, dass man sagen kann, bei Steam, ich trete die... Vielleicht geht das ja so, dass man tatsächlich über Steam das machen. Also, soweit ich mitgekriegt habe, soll das extrem schwer sein. Das wurde auch tatsächlich in den Bewertungen immer negativ angekreidet. Aber das war ja super. Wurde ich direkt wieder rausgeklickt, oder was war? Fail to join the server. Ja, du sollst auch einen neuen. Willst du mich ärgern? Ach ja, das sind diese Verbindungsabbrüche. Und in irgendeine Lobby oder ein Spiel reinzukommen, soll extrem schwer sein. Und das soll auch schon tatsächlich aus der Beta übernommen worden sein. Und das sind so Parts, die die meisten Let's Player tatsächlich rausschneiden. Was ich aber extra zeige. Denn jeder Spieler soll die Chance haben zu sehen, wie das Spiel funktioniert. So, wir machen uns auch mal ready. Weil ich habe... Man kann auch noch Perks irgendwie verteilen. Ich habe keine Perks. Und dieses Join und nicht... Also rausgehen und wieder reingehen, was die hier machen. Join und leave. Das machen eben halt sehr viele, die gerne zusammenspielen wollen. Na komm, na komm, na komm. Alle drücken, alle drücken, drücken. Bitte, komm, 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 komm. Wie gesagt, man kann, wenn man gut ist, kriegt man Punkte dafür. Und für die Punkte eben halt, kann man dann wohl irgendwelche Skills sich verbessern. Ähnlich wie ihr das schon von The Culling kennt. Wo es da ja auch Perks gibt. Gronkh? Wo ist Gronkh? Mie ist doch nicht Gronkh, oder? Wäre sehr komisch. Wenn es der echte wäre. Und es wäre verdammt lustig. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Der spielt immer nur mit seiner... Mit seinen eigenen Leuten. Das wäre mir eine Ehre, wenn ich mit dem Herrn und Meister, den Großen, spielen würde. Aber ich glaube, das ist ein Fake. Könnt ihr immer in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, der war das, oder er war es nicht? Okay, Steuerung ist eigentlich gleich wie bei anderen Spielen. Dementsprechend... Ich glaube, ich habe ihn da hinten gesehen. Bin mir aber nicht sicher. War er schon? Habt ihr ihn gesehen? Das da hinten ist der Bösewicht gewesen. Wir müssen fünf Motoren starten. Und das versuchen wir natürlich auch. Das Spiel ist ein Horrorspiel, muss ich dazu sagen. Oh, der hat einen von uns gekriegt. Habt ihr ihn gerade gesehen, wie er gerade aufgetaucht ist? Alter, versteck dich doch. Oh Gott, hört ihr den Herzschlag? Er ist dicht. Das ist Tara, aber ich glaube, sind Fakes. Nii ist auch ein Fake. Das ist hundertprozentig kein Gronkh. Der Gronkh würde wahrscheinlich mit seinem eigenen Namen spielen. Kleiner Bug geht ihm gerade am Rande. Doch. Oh, 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 oh. Mist, da habe ich zu spät zu tun. Oh, da kommt er. Hinlegen kann ich mich leider nicht. Der wahnsinnige Killer. Au, scheiße, jetzt hat er mich hier tatsächlich noch gekriegt. Alte Saudi. Daneben. Moin, Herzig. Mist, jetzt hat er mich bekommen. Alter, guckt ihr euch den mal an. Der ist schon ein bisschen weiter. Fuck. Mi ist tot. Ah, ich muss wiggling, 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 wiggling. Schluss, 되는 Tag, wiggling, wiggling. Komm, komm, komm. Scheiße, 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 scheiße. Ahhhhhhhhhh! Der letzte 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 letzte! Kommt du unten! Oh Gott, der nächste, der am Haken hängt so ne Scheiße! Ich will nicht sterben! Wir können uns hier nebenbei noch gucken. Oh Gott, hier hängt noch einer, der überhaupt nichts macht. Aber warum hat der so viel mehr Energie als ich gehabt, von der Vergangenheit? Jetzt macht er was. Ich glaub, ich verschwinde gleich ins Jenseits. Leute, es war schön mit euch, aber... Ahhhh! 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 Gut, dass mein erstes Mal so ausgehen würde, hab ich mir schon fast gedacht. Ich hab nur gehofft, dass es ein bisschen länger dauert, ne? Ahhhh! Ein paar Punkte hab ich gekriegt, nicht wirklich viel, weil ich nicht wirklich gut war. So, da seht ihr meine Punkte, ich bin der Schlechteste. Surprise! Jetzt können wir ihn aber noch zugucken. Er hat ne Karte in der Kiste gefunden. Er hat ne Karte in der Kiste gefunden. Jetzt kommt er rein. Ist er ein Komp? Ist er ein Komp? Was hat er gemacht? What the fuck war das? Okay. Hat er das jetzt rausgeschafft? Über einen speziellen Gang? Ich weiß es nicht, was das jetzt war. Ja, tatsächlich. Er hat's rausgeschafft. Das war ein Secret-Ausgang. Ja, mega nice. Wie immer der das auch geschafft hat? Nicht schlecht. Denk ich mir mal. Weil hier steht, Jäger, tot, tot, tot. Und das müsst ihr entkommen sein. Steht leider keine Agenda dran. Sehr schade. Ja. Das sind unsere ersten Punkte, die wir machen. Und ich würde mal sagen, weil das so kurz war und ich nicht so... Gut, ja, Join, Fail, das... Ah, das ist leider nicht so schlimm. Probieren wir es trotzdem nochmal. Oh, er mit dem Arztkoffer. Einer ist leider schon wieder raus. Ich mach mich auch mal ready. Erstmal spiele ich mit. Egal wem. Ich erinnere mich ja so ein bisschen an diese chilligeren Lieder... von... von Rage X. Wir würden alle gerne spielen. Uns fehlt nur ein weiterer Spieler. Oh, lass mal. Ich... Das mit dem Whale... Das hätte ich gleich mal machen sollen. Aber ich glaube, das hat auch nicht viel gemacht. Ich... Wieder ein Spieler dazu. Vergessen waren wir nicht wissen. Oh, das geht los. Gott, wir werden alle sterben. Na... Da war gerade ein Hinweis, den ich mir vielleicht nochmal in Ruhe durchlese. Im Anschluss. So. Ich weiß jetzt gerade nicht so, ob das vom... vom Adrenalinausstoß so... schlimmer ist als... The Culling. Es ist anders. Es ist halt ja nicht First Person. Oh Gott. Ich möchte mich drehen. Okay, er dreht sich von alleine. Wir starten hier bei so einem komischen Haus. Es gibt hier verschiedenste Maps. Und es geht los. Ich gehe erstmal nach oben. Weil ich nämlich das Gefühl habe, der wird hier gleich reingucken. Ich gucke mal, ob es hier eine Kiste gibt. Ich gucke mal, ob es hier eine Kiste gibt. So. Habt ihr gehört, dieses Klopfen immer in der Herzschlag hergeht? Dann ist da tatsächlich dichter in der Nähe. Keine Ahnung wofür die Taschenlampe gut ist. Wofür bin ich rausge-escaped? Was hab ich denn gemacht? Ich bin rausgekommen? Ich hab was ich gar nicht benutzt hab. Das hab ich jetzt nicht verstanden, Leute. Ich bin als einziger entkommen. Hä? Hä? Standard-Flashlight. Die hätte ich vielleicht gerne gelesen. Ah, wie toll. Wir haben noch Licht auf. Warum bin ich jetzt gekommen? Ich hab's nicht verstanden. Sorry, Leute. Und ne Errungenschaft hab ich bekommen. Sehr schön. Ich mag ja Errungenschaften gerne. Na gut, für die ein oder anderen, die vielleicht schon wissen, was hier passiert ist, dürft ihr es mir bitte gerne in die Kommentare schreiben, warum ich jetzt tatsächlich in Com bin. Und ja. Und obwohl ich es auf Deutsch übrigens eingestellt hab. Das möchte ich gerne nochmal gucken an der Stelle. Ja, Deutsch. Ach, the game must be restarted. Okay. Dann werdet ihr in der nächsten Folge alles nochmal in Deutsch sehen und nicht in Englisch, wie es jetzt gerade ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wer es erklären kann, bitte in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ihr wollt mehr davon sehen, denn es wird wohl mehr davon geben. Ich weiß noch nicht jetzt wann und wie schnell, aber ich hoffe, es wird euch gefallen. Danke fürs zu gucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.